Einen wunderbaren guten Morgen heute am vierten Handelstag der Woche mit den aktuellen Handelsideen hier zusammen mit mir Mike Seidel und Tickmill wie jeden Morgen das Ganze hier im Livestream auf Facebook und auch auf GoToWebinar. Ich muss nur ganz kurz nochmal auf dem vierten Monitor das Fragepanel vom GoTo groß machen, dass ich das sehe. Guten Morgen Rolf, guten Morgen Ludger und lade hier gleichzeitig auch wieder alle ein, die live zuschauen. Wenn Fragen auftauchen, nicht scheu sein, einfach in den entsprechenden Chats den ein oder anderen Wunschmarkt reinposten oder die ein oder andere Frage stellen. Das beantworte ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Heute wieder ein toller Tag mit neuen Möglichkeiten. Das macht einfach Spaß hier jeden Morgen die Märkte zu betrachten. Wenn ich morgens die Augen aufmache, dann freue ich mich schon wieder zurück an den Trading Desk zu kommen, weil jeden Tag wirklich richtig geniale Ideen hier auf uns warten. Bevor wir die miteinander besprechen, möchte ich gerne noch auf den Risikohinweis eingehen. Den bitte ich hier an dieser Stelle in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Kurz der erste Satz. Sie wissen, dass der Handel mit die Wiesen und CFDs aufmarschen. Der kann zu Verlusten führen. Den Rest bitte ich auch zur Kenntnis zu nehmen. Wie starten wir in den Tag? Wie jeden Tag. Das ist Standardroutine. Wir checken erst einmal ein paar der wichtigsten Nachrichten. Hans, einen schönen guten Morgen. Die wichtigsten Nachrichten heute. Heute ist EZB-Tag. Wir sehen es hier. Ab 13.45 Uhr wird es lustig. Naja, ich glaube 13.45 Uhr wird es nicht lustig. Wir kriegen keine Neuigkeiten von der Zinsfront. Und das wäre, glaube ich, der Oberhammer, wenn wir jetzt hier eine Zinserhöhung sehen würden. Das plant kein Mensch. Das ist nicht da. Das wäre dann mal eine Überraschung, die den Markt ordentlich bewegen würde. Und ich denke mal, den Euro ordentlich nach oben befeuern würde. Aber ich glaube, das können wir wegwischen. Die Wahrscheinlichkeit ist so gering, das muss man nicht wirklich auf der Uhr haben. Aber was dann interessant ist, was wir wirklich auf der Uhr haben müssen, das ist hier um 14.30 Uhr die Pressekonferenz der EZB. Und da gibt es natürlich wichtige Sachen rund um Europa, um die Währung, um die Dinge, die die Währungshüter hier momentan auch mitbewegen. Was gibt es heute noch an Nachrichten? Wir kriegen später als sonst die Rohöl-Lagerbestände aus den USA. Wir hatten ja diese Woche Montag Feiertag in den USA. Deswegen hat sich das Ganze ein klein wenig verschoben. Hier um 17 Uhr deutscher Zeit ist es soweit. Da bekommen wir die Bestände. Die Prognose ist hier ein Rückgang von knapp 0,4 Millionen Barrel Öl, was wir hier mithaben. Was haben wir noch? Wir kriegen heute vor der Zinspressekonferenz der EZB, Spume, zeitlich nochmal ein Stück zurück, um 9.30 Uhr auch noch was Wichtiges. Und zwar das Thema der Einkaufsmanagerindex. Wir kriegen hier den Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbe und alle Informationen rundherum um dieses Thema auch noch mit hier. Also ab 9.30 Uhr bekommen wir da aktuelle Zahlen hier aus Deutschland. Und aus den USA gibt es heute Nachmittag dann noch hier, wir sehen es um 14.30 Uhr, das Thema vom Arbeitsmarkt ein bisschen. Und zwar die Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe. Für das mal ein paar der Nachrichten. Es gibt viele, viele andere Nachrichten. Das ist wichtig an dieser Stelle auch noch zu betonen. Währungshandel gibt es haufenweise Nachrichten. Jeden Tag von den unterschiedlichen Ländern, von den unterschiedlichen Zentralbanken muss man immer gucken, was dort kommt. Das bitte ich auch jeden, der hier tradet, immer so ein bisschen mit auf der Uhr zu haben, weil gerade in den kurzfristigen Zeiteinheiten kann das immer für Ausschläge sorgen, die man auch gut fürs Trading nutzen kann. Oder wo man sich sagt, hoppala, jetzt muss ich erst einmal kurz die Füßchen stillhalten. Wir warten mal ab, bis die Nachrichten raus sind, was der Markt dann macht. Und dann schließe ich mich getreu dem Motto, erst die Nachricht, dann der Markt und dann ich dem Markt auch an, wenn ich weiß, was der Markt hier macht. Und damit rein in die heutigen Handelsideen. Jetzt muss ich beim Vorlesen nur noch mal kurz auf den Spickzettel gucken. Hier, wir haben heute wieder drei Titel natürlich drauf auf der Uhr. Und zwar, wer es im Blog schon gesehen hat, wir schauen in den US-Dollar, Schweizer Franken. Wir gucken in den Euro, japanischen Yen und US-Dollar, schwedische Krone hat mich heute mal wieder so ein bisschen gelockt, in den Chart reinzuschauen und mit Ihnen darüber zu sprechen. Also hier, auf geht's in den Metatrader 4 mit dem Stereotrader Add-on. Da gab es ja gestern auch ein Webinar zum Thema Stereotrader im Zusammenarbeit hier mit dem Metatrader bei TIGME. Und hier haben wir schon die erste Handelsidee direkt auf der Uhr. Und wer mich schon ein bisschen kennt, der wird jetzt mit einem Blick sehen, was mich hier an diesem Chart momentan so ein bisschen reizt. Und zwar ist das die, ich sag mal so, die Situation allgemein erstmal im Grundrauschen. Im Grundrauschen haben wir hier schon eine ganze Zeit den Markt abwärts gerichtet. Wir sehen das hier an den fallenden Hochs, das zieht sich noch viel, viel länger hin. Denn zwischendurch gibt es dann immer mal wieder Phasen, wo man auch gut nach oben traden kann. Alles schick, alles Vergangenheit. Wir traden ja die andere Seite, wir traden ja die leere, weiße Seite. Und hier sehe ich momentan etwas, was mich so ein bisschen, ich muss mal sagen, reizt. Warum reizt mich das? Wir haben hier Abwärtsdruck. Wir sind momentan verortet an einer kurzfristig abfallenden Trendlinie. Das sehen wir hier oben, diese rote Linie. Und wir sehen hier oben kam immer wieder Verkaufsdruck rein. Das heißt, hier ist so eine entscheidende Schwelle. Hier kann es mal ganz kurz ordentlich drüber wuppen. Da haben wir dann das Tageshoch hier drüben liegen. Von 9,05220 ist das Tageshoch hier. Das ist das Tageshoch vom, jetzt muss ich kurz unten reinstehen, vom 17.01. Und dann haben wir ein Stückchen weit hier noch einen Peak nach oben hin. Das ist die 9,07324. Wenn es nach oben wuppt, kann das gut und gerne sein, dass der Markt ruhig mal hier oben ranschiebt. Das macht das übergeordnete Bild überhaupt nicht kaputt. Und das kann man gut und gerne im ganz kurzfristigen Bereich nach oben mit nutzen. Diejenigen, die das machen wollen, schaut einfach hin, was hier passiert. Alle anderen, die gucken einfach mal hin, wenn hier oben wieder Schwäche reinkommt, dann haben wir das Potenzial, dass der Markt auch nach unten laufen kann. Das heißt, dass dieser Abpraller hier nicht nur immer wieder rumtingelt. Wir haben ja mittlerweile oft genug den Abpraller gesehen, sondern dass dieses Hin- und Hertingeln sich nach unten auflöst. Und das ist dann das Coole, weil dann sehen wir in der Stunde wieder den Abwärtstrend. Und dann haben wir Anlaufpunkte hier in der Stunde. Interessante Marken sind hier der Bereich von 8,977, beziehungsweise hier dieser Schwankungsbereich, dieser Spannenbereich über den Daumen um die Marke von 8,949. Nach unten hin, wenn es dann deutlich runterläuft. Das heißt, wenn der Markt wirklich wieder die Fahrt aufnimmt, die er hier oben auch schon immer wieder gezeigt hat, dann steht natürlich im mittelfristigen Bereich auch nach hier unten das Tief hier, wo wir schon zweimal von nach oben hin abgeprallt sind. Hier, wir sehen es, die Marke von ungefähr 8,85 schwedische Kronen. Und weil ich hier Ihnen aufgezeigt habe mit diesen Magendar-Farben, guckt mal in die Stunde, blicken wir einfach mal eben in die Stunde, um zu schauen, was da denn los ist. Wir sehen jetzt hier aktuell so einen Bereich, da will der Markt noch nicht so richtig drunter, aber wir sehen hier oben auch, der Markt will nicht so richtig hoch. Das ist das Bild, dieses Getingel oben an der Widerstandslinie, das wir momentan immer wieder sehen. Aber wenn wir dann den Markt nach unten wuppen, dann sehen die entspannten Trader, die hier nicht jedem zucken, auch nachrennen. Und das ist das, was ich auch wirklich jedem empfehle. Wir sehen hier momentan, wenn man das ganz, ganz nüchtern betrachtet, was der Markt hier spielen kann. Bewegung, Korrektur. Wenn wir nicht hier drüber laufen, könnte das bei rauskommen. Dann haben wir wieder einen schönen, wie soll ich sagen, über eine ganze Weile ausgeprägten Abwärtstrend da. Also dieses Hin- und Hergetingel hier auf dieser Weise. Einfach mal ausblenden und schauen, was der Markt macht. Und wenn er nach unten spielt, dann haben wir die Chancen. Und das gucken wir uns jetzt an, hier mal in die kleinere Zeitanheit rein. Der nächste Anlaufpunkt, wo man sieht, wo sind denn hier in diesem Aufwärtsschub markante Level auch gewesen. Das wäre zum einen mal hier, da hat man so einen leichten Korrekturbereich. Das ist das, was ich angekreuzt habe, hier die Marke von 8,977. Und dann hier diesen Schwankungsbereich. Hier haben wir einen Tagestief gehabt. Hier haben wir den Bruch dieses Abwärtstrends gehabt. Hier haben wir auch so einen Hin- und Hergetingel gehabt. Das heißt, da haben wir so einen Staubereich. Und in diesem Staubereich, da kann ja auch immer eine ganze Menge passieren. Auf alle Fälle können wir mal planen. Möglicherweise kommt hier eine Abwärtsbewegung erst einmal zum Stehen und macht eine Gegenbewegung. Oder aber, was ja auch ein deutliches Zeichen ist, wenn der Markt hier einfach durchrauscht, dann ist der Verkaufsdruck so stark, dass dann in der Planung weiter gedacht werden kann. In die Spikes würde ich mittelfristig nicht unbedingt denken. Aber was für mich dann interessant ist, an der Stelle ist natürlich hier unten der Bereich um die 0,85, was wir im Tagesschart gesehen haben. Also das hier mal raus in den Tag rein, in die Stunde rein. Das Ganze als Handelsidee im US-Dollar schwedische Krone. Danach gucken wir in Euro-Japanischen Yen. Also hier auch wieder hinein in den Tagesschat und schauen, welche Chance sich hier ergibt. Auch hier haben wir gesehen, das ist ja bei den japanischen Währungen in der Korrelation, egal in welcher Richtung. Wir haben überall hier diesen Spike-Day gehabt. Und danach gab es auch überall Bewegung in die Gegenrichtung. Zack. So. Und jetzt ist interessant, was hier passiert. Und hier, hier finde ich das momentan hochspannend. Hier können nämlich zwei Sachen passieren. Erstens, wir haben auf alle Fälle mal eine tiefe Korrektur. Wir hatten schon mal in anderen Währungen drüber gesprochen. Hier so ein Level. Das ist immer erwartbar. Also dass der Markt reinspringt und dass es hier über so wichtige Marken nicht immer gleich drüber wuppt. Das ist klar. Ja, das sind dann diese sogenannten Widerstände. Und je größer die Zeiteinheiten sind, in denen diese Widerstände ersichtlich sind, je größer ist auch die Relevanz dieser Widerstände. Wenn so ein Widerstand im Minutenschart nur ersichtlich wird, dann wird sich im Tagesschat mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Mensch drum kümmern. Aber wenn das Ding auf Wochenbasis oder auf Monatsbasis sogar ersichtlich ist, dann ist das etwas, da schauen ja doch viel, viel mehr Teilnehmer auch rein. Deswegen hier dieses Level wahrzusehen als Widerstand. Und wir sehen auch, da will der Markt nicht so richtig drüber. Aber der Markt lässt auch nicht so richtig los. Wir hatten ja hier vom ersten Schub eine kleine Gegenbewegung nach unten. Jetzt wollte der Markt wieder hoch und jetzt stehen wir wieder hier drin. Und jetzt wird das Spannende. Hier ist die Frage, reißt der Markt das Level und schiebt nach oben? Bildet sich hier untergeordnet erst einmal ein neuer Aufwärtstrend? Nächster Punkt für diesen Schub hier oben, das Level, wo sich dieser kleine Trend fortgesetzt hat. Das ist die Marke von ungefähr 1,25, 5,7,0. Und danach gehen wir schon hier oben rein an dieses Level, dieses Korrekturhoch bei 127,085. Mega spannend. Hier müssen wir einfach nur warten, was der Markt macht und uns dann mit unserem Risikomanagement entsprechend positionieren und das Ganze hochlösen. Wir sehen ja untergeordnet sogar hier einen Trend, der sich gebildet hat, in kleinsten. Also wir können uns hier nach unseren Zeiteinheiten auch austoben. Diejenigen, die das Ganze im großen Bereich traden wollen, blicken da natürlich anders rein, wie diejenigen, die beispielsweise nur so einen kurzen Bruch hier drüber traden wollen. Da guckt man auf ganz, ganz andere Verhältnisse in den Charts. Aber die Grundlage ist hier an dieser Stelle auch immer die gleiche. Das heißt, wir schauen hier auf den Tagesschat und gucken, wo die Bewegung entstehen kann. Und wenn die entsteht, dann entsteht die auch in allen Zeiteinheiten. Das ist ja dann völlig wurscht. Also das nach oben. Wenn wir aber hier im Widerstand den Widerstand beibehalten, das nicht nach oben wuppen, dann, ich habe es hier leicht skizziert, dann haben wir auch die Chance, wieder runter zu laufen. Das heißt, dieses übergeordnete Bild, was sich hier ergeben hat, wieder aufzunehmen, dann hier, wenn wir unter die Marke von 123.4 gelaufen sind, dann ergibt sich das Potenzial weiter nach unten. Dann haben wir hier wieder einen Trend, der in Richtung dieses übergeordneten Schubs läuft. Und dann haben wir das Potenzial tatsächlich wieder erst einmal in diese Richtung von diesem Tief hier bei 118.780 reinzulaufen. Also hier brauchen wir auch einfach nur zu warten, bis der Markt sich entscheidet, das als Grundlage mal für eine Setup-Planung in diesem Bereich. Und damit in das dritte Währungspaar hinein für heute, US-Dollar, Schweizer Franken. Euro-Schweizer Franken haben wir ja auch oft auf der Uhr. Heute mal das US-amerikanische Pendant. Das hatten wir vor ein paar Tagen schon mal. Damals allerdings mit einem anderen Fokus. Damals hier, der Fokus hier von diesem Korrektur hoch. Bricht ja das Korrektur hoch, war damals die Aussage, haben wir echt gute Chancen, mal hier oben in diese Trendhochs reinzulaufen. Das heißt hier, die Korrekturhochs von diesem Abwärtstrend. Und et voilà, was haben wir gesehen? Diese schöne, starke Dynamik hat tatsächlich dazu geführt, hier oben reinzulaufen bis hier hoch. Aktuelles Hochlevel bei 0,99890. Der Spike hat hier oben sozusagen erst einmal sein Ende gefunden. Jetzt korrigieren wir hier so ein bisschen nach unten hin. Im ganz, ganz kurzfristigen Bereich haben wir hier zwei Level, auf die ich achten würde. Das ist zum einen mal das Tagestief hier um die Marke von 0,99323. Könnte als Pivot Point genutzt werden. Oder aber auch hier dieses Level, wo dieser Trend gebrochen wird. Man weiß, dass man sagt, dass auch so lapidar, das sind gerne mal Level, die angelaufen werden. Ja, das ist richtig und deswegen gucken wir da auch hin, weil das wird gerne auch nochmal getestet. Und wenn so ein Test bestehen bleibt oder besteht, dann dreht der Markt an solchen Marken auch gerne mal um. Das heißt, das sind so die Punkte, wo man mal nach oben blicken kann, um hier quasi zu schauen, gibt es da Umkehrmuster? Gibt es da die Umkehrt der Nachfrage? Und wenn ja, das sind einfach die Chancenfelder, wo man hingucken muss und wenn da was liegt, aufheben. Ansonsten, wenn es bricht, kann es natürlich viel tiefer gehen, aber das wollen wir jetzt in der kurzfristigen Planung hier noch gar nicht mit ins Auge fassen. Da müssen wir erstmal abwarten, was da so kommt. Mit Blick nach oben, wenn es zur Umkehr kommt, egal wann auch immer, haben wir hier die nächsten Chancen. Auf alle Fälle von da aus, wo wir jetzt stehen, wenn eine Umkehr kommt, natürlich erstmal wieder den Rücklauf in dieses Level hier oben um die 0,99899 in diesem Bereich. Und dann hier, wenn es drüber geht, haben wir schon das nächste Korrekturhoch dieses Abwärtstrends hier liegen. Das liegt bei 1,0075, war hier der Hochbereich als nächstes. Und wenn es dann weitergeht, dann haben wir hier natürlich die Chancen offen, an dieses Hochrand zu laufen. Da müssen wir uns aber überraschen lassen, wo der Markt hinläuft, weil das können wir natürlich nicht planen. Wir können unser Risiko planen, aber niemals, wohin der Markt auch laufen wird. Es sei denn, ihr habt so viel Kohle auf dem Konto, dass ihr so einen Markt beeinflussen könnt. Das weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube, das wird ziemlich schwer im Währungsbereich. So viel zu den aktuellen Handelsideen für den heutigen Tag. Ich blicke gleich nochmal rein in die Fragefelder, in die Chats. Aktuelle Fragen habe ich nicht. Dann von meiner Seite her wieder der kleine Hinweis auf morgen. Morgen geht es wieder ein bisschen länger. Da schauen wir in die großen Indizes rein, was sich da so getan hat in den letzten fünf Handelstagen oder in den letzten vier Handelstagen. Und an der Stelle dann machen wir noch weiter mit dem Planung der nächsten Woche in der Nachrichtenseite. Was sind wichtige Nachrichten, die wir nächste Woche erwarten können? Das ist auch immer wichtig, weil die ein oder andere Währung bereitet sich auf so ein Event vor. Das kann man auch zum Trading nutzen. Und auf der anderen Seite blicken wir dann wieder etwas in den edukativen Bereich. Da gucke ich heute nochmal kurz in meine Liste, wo wir hier weitermachen, wo wir stehen geblieben sind. Das poste ich dann im Laufe des Tages hier bei uns auf Facebook, auf der Facebook-Seite von Tickmill. Wer da nichts verpassen will, bitte die Seite, die Informationsseite von Tickmill oder die Facebook-Seite von Tickmill. So sagt man es besser. Einfach mal liken, damit jeder hier auch dabei ist. Da verpasst man an dieser Stelle nichts. Also an dieser Stelle nochmal ganz lieben Dank für die Zeit und bis morgen. Tschüss.